Der erste Tag war für uns sehr gut. Wir hatten eine gute Frequenz auf dem Stand. Die Qualität der Kunden war für uns sehr gut. Ich denke auch die Halle war gut frequentiert. Ich glaube, das betrifft uns im Modehandel sehr stark und viele Kunden nehmen das noch gar nicht so wahr. Digitalisierung ist in aller Munde und wir beschäftigen uns mit diesem Thema sehr stark. Wir stellen hier eine kleine Taschenkollektion vor. Wir beginnen in der nächsten Saison auch mit einer kleinen Accessoire-Kollektion. Und das Ganze mit dem Thema Digitalisierung, Blogger, versuchen wir auch den Kunden darüber in unsere Colorado-Welt, sage ich mal, einzuwenden. Das wiedersehen. Das ist wichtig, die Nutzung des Zeilen aus dem Bezug.